hallo und herzlich willkommen zurück zu overlord wo wir letzt mal diesen dude besiegt haben den alten overlord und jetzt in die letzte hölle gehen damit war da noch mal jetzt ordentlich durchschallern hoffe der kram ist so wie ich mir denke und dann nehmen wir mal hier von welcher zack wunderbar so dann erstmal die käfer weg machen hier retten also müsste man aber wissen da stehen auf jeden fall die steine wo es auch gleich losgeht mal das mal wissen wo sie damit hin wollen ok da wollen sie lang wir haben hier keinen sandwurm mehr darauf war ja gar keinen bock auf die sandwürmer ja das ding ist ja direkt hier dann passt es ja das tor ist verschlossen aber es schwingt vor böse energie vielleicht führt die anwesenheit der anderen unterweltsteine dazu dass es sich öffnet schau mal schau mal Nummer eins Nummer eins ist drin die anderen drei noch schau mal ob das tor sich dann öffnet open open krass dass der alert jetzt geht despo dankeschön auch hier nochmal im video dankeschön für deine mitgliedschaft auf youtube dankeschön dankeschön auf geht's schauen wir uns an was uns da drin erwartet hello 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 danke da unten haben wir dann erstmal jetzt direkt schützen wieder Junge Junge was kommt denn da auf mich zu zack halt doch drauf haut drauf jetzt nicht aufhauen oh mein gott oh mein gott da kommt immer mehr Junge wir verlieben gerade übelst viel Alter boah das müssen wir nochmal machen ich hoffe immer mehr und immer mehr dann haben wir noch mehr geht's aber oben schon wieder oh man mehr hier kommt das mal nochmal hört mich mal das können wir nochmal machen Alter, war irgendwie lang für mich. Machen wir noch mal einen Neustart. Ich weiß, wie wir das machen. So. Ich hab schon eine Ahnung, wie wir das machen. Nummer eins hier. So, die blauen. Da hin. Grün da hin. Und die roten bleiben hier stehen. Alright. Jetzt müssen die kommen. Schnell, bereitet eure Schergen vor. Die Schergen vor. Und die Schergen vor. Ich weiß, was ich. Das ist nicht ein Mann. Ich weiß, was ich. Junge. Er hat Bibelsverlust. G punkten auf! Was sagen jetzt? Oh Gott, es ist da nichts passiert. Tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. das ist oh oh Junge, ist das anstrengend hier unten. Es wird einfach nicht weniger, ne? Das ist dann nicht so. Junge. Jetzt reicht's. Und wie viel wollen wir da noch kommen? Das hat keinen Wert. Den haben wir noch mal sterben lassen. Alter, wie viel wollen denn da kommen? Das ist ja bockschwer. Das ist ja bock, das ist ja bock. Das ist ja bock. So, all right. All right, let's go. Ja, ja, ich weiß, schick die hoch. Junge, was ist das denn jetzt? Jetzt sterben gerade wieder alle. Ja, ja. So leicht werden Sie nicht aufgeben, Herr. Also das war ja absolut Schmutz gerade. Ja, wie soll das denn so machen? Warte mal. Ich schon, den hier oben will ich wegmachen. Ja, tötet mich ruhig, alles gut. So muss man das machen. Gut, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Neustarten. Ich weiß Bescheid, wie wir es machen. Ich weiß jetzt Bescheid. Weil das ist sinnlos, so sonst zu machen. Wir müssen da runter. Und die loswerden nach und nach. Und die loswerden nach und nach und nach und nach und nach und nach und nach. So leicht werden Sie nicht aufgeben, Herr. muss immer noch so werden der Wüte da unten sind so Er bringt also die Schlacht zu ihnen. Ich verstehe. Okay. Wie sind wir denn schon mal los? Ihr solltet ein wenig dichter bei den Toren bleiben, dunkler Meister. Habt ihr zu viel Sonne abbekommen? Bleibt bei den Toren. Geh mir auf den Sack. Ich mach hier grad was. Da. Das halte ich nicht für klug, Herr. Okay. Jetzt passt das. Gehen wir die Schützen da los. Er bringt also die Schlacht zu ihnen. Jawoll. Oh mein Gott, ich häng fest. Er ist tot. Jetzt, du Tripp. Alter. Alter, wie schwer ist das denn? Zue Hölle. Wie bockschwer wollen sie es machen? Ja. Schlimm ist, einige der Scherken sind halt auch nicht ausgerüstet, ne? Nichts, aber die Scherken sind halt nur das. Gehen wir auf den Zack. Mal, ob die wegrotzen können. So leicht werden Sie nicht aufgeben, Herr. 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 So leicht werden Sie aufgeben, Herr. Habt ihr zu viel Sonne abbekommen? Bleibt bei den Toren. Den einen sind wir auch los. So, jetzt aber mal langsam hier, ne? So, blaue V mal wieder. So, wir haben... So, da sind davon, davon, davon. Das heißt, wir nehmen uns hier von Nummer 2 mit. Da kommen wieder welche. Einer. Wir müssen in einem Beschwerer loswerden noch. Hier hinten die Armee an, die da hinten noch rumgammelt. Das halte ich nicht für klug, Herr. Wir müssen hier hoch. Wir müssen den hier wegmachen. Er bringt also die Schlacht zu ihnen. Ich verstehe. Wir müssen den wegmachen. Wir müssen den wegmachen. Oha. Wir müssen den wegmachen. Wir müssen den wegmachen. Wir müssen den wegmachen. Wir müssen abbekommen. Bleibt bei den Toren. Hey! Alle! Okay. Alright. Steady, mach den weg. So, kommen alle mit. Gehen wir hier auf den Sack. Okay, wir müssen gerade hier, wir müssen hier gerade ordentlich arbeiten. Gehen wir nicht auf den Sack. Zwei Stück, dann hier noch welche rein. Okay, wir haben, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann haben wir rote, auch noch ein paar grüne, ein, zwei. Und einen blauen, alright, das müsste so passen. So, da hinten ist noch eine Riesenarmee. Und die hier, die rutschen wir noch weg. Okay. Das ist perfekt. Das heißt, wir haben jetzt noch den Dicken hier. Und den anderen Dicken. Oh mein Gott. Oh, das Arschloch. Ihr findet, ihr solltet ein wenig dichter bei den Toren bleiben, dunkler Meister. Dann haben wir. So, da drauf wird's noch. Okay, haben wir auch. Perfekt. So. Jetzt haben wir noch die da oben auf der Brücke. Und dann haben wir alle. Alrighty. Da war übelst eingebüßt, ne? Das halte ich nicht für klug, Herr. Ihr habt es geschafft, Herr. Sehr gut. Es ist so mühsam, einen Overlord zusammenzukratzen, der über eine ganze Unterwelt versträumt ist. Ich habe immer noch dieses seltsame Gefühl, Herr. Den Hauch einer Erinnerung, die einfach nicht reich beißt. Gott, ey. Ja. Wir fahren die Käfer ab, komm. Gut, blau, Mats. Alright, haben wir. Wir haben übelst an grünen eingebüßt. Die gab's da oben dann. Holen wir uns gleich mal welche. Rote haben wir genug. Das heißt, wir holen uns hier mal ein paar grüne. Und ein paar grüne gehen auch baden. Wieder neue holen. Oh, wir haben noch wieder fünf brauner. Und zwei blauer. Alright. Das passt. Oh, war das anstrengend. Die Sensenbänder mussten weg. Die hatten ja einen Grund, warum die da waren. Die hatten ja einen kompletten Grund, dass die da waren. Dann schön. Hier rein. Ach, der ist auch kaputt. Meine Fässer, legt den Helm. Holen euch. Da einen roten, ne? Habe ich so viele mittlerweile. Also, so viele Seelen davon. Der Wahnsinn. Wäre immer schön, wenn wir da mal auch wieder auf 200 kommen würden. Mal nur bei 160. Und halt richtig Verluste gerade. Ich denke, ich denke, ihr solltet diesem Weg folgen. Er sieht richtig aus. Du denkst das, also. Weiß ich nicht. Dir vertraue ich nicht mehr so, weil du dir letzt auch übelst Bullshit gelabert hast. Und da oben stehen Wachen, die mich wahrscheinlich dann runterschießen werden. Aber ich muss da lang. Verdammte Scheiße. Gehen wir weiter lang. Oh Gott. Ja, die werden jetzt gleich runterschießen. So, klar. All right, all right. All right. All right. So. Danke schön. Hey, nur einer. So, aufheben. Alle! So, da haben wir Mana wieder. Okay. Okay, okay, okay. Den Schützer. Diese Kreatur hat mich festgebunden. Sie sagte, sie sei... Ich hab's vergessen. Okay, ich würde sagen, mit dem Labyrinth machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut rein und...